Halt, schau, seid ihr jetzt! Halt, schau, seid ihr! Presse! 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 Ja, zeig ich ihn gerne. Ja, sofort. Ja, sagen Sie... Da, Presseausweis, bitteschön. So, und jetzt keine Einschränkung der Presse mehr. Ja, dann... Gehen Sie mal fünf Meter weiter nach hinten und stören Sie hier nicht das Einschalten. Ich störe hier nicht, Sie wissen genau, Sie dürfen nicht von meiner Karte... Haben Sie mich gerade geduzt? Haben Sie mich gerade geduzt? Pass mal auf, du gehst jetzt da hinten hin, haben wir uns jetzt verstanden. Okay. Ich hab das jetzt dreimal gesagt. Ihren Namen, bitte? Bleiben Sie da stehen, sonst bekomme ich hier... Ihren Namen bekomme ich jetzt. Ja, also wir haben hier gerade eine Einschränkung der Pressefeier mitbekommen. Wir haben hier gerade eine Einschränkung der Pressefreiheit mitbekommen. Dieser Polizist wollte seinen Namen nicht nennen und nimmt hier gerade Personen fest. Hier wurde von Seiten der Presse keinerlei Einschränkungen durchgegeben. Trotzdem wird es jetzt so gemacht, dass hier quasi die Möglichkeit der Presse, diese Situation zu dokumentieren, eingeschränkt wird. Wir haben hier noch ein bisschen zurückgegangen. Wenn Sie das Video verbreiten, dann ist das ein bisschen zurückgegangen. Sie hat das Handy sicher gestellt. Ich bin Presse. Ich bin Presse. Ich bin Presse. Ja, dann zeig ich meinen Presseausweis. Habe ich gerade Ihrem Kollegen gezeigt, warum meinen Sie, dass es jetzt nicht stehen darf? Bei wem denn? Ja, der Kollege mit dem gelben Linksfall. Ich kann es Ihnen auch noch mal zeigen. Wir halten aber trotzdem Abstand. Ich kann auch Ihnen noch mal zeigen. Aber Sie kennen ja die Press... Sie halten aber trotzdem Abstand. Sie kennen ja die Presserechte in Deutschland. Sie halten trotzdem Abstand. Ja, ich halte Abstand. Keinen so einen Stress. how are you? Ciao Eachine! Oh! Bis zum nächsten Mal.